Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Leo Greimel ist ja unser neuer Innenverteidiger, ein junger Spieler aus Österreich, ablösefrei gekommen und sicherlich bringt ein sehr, sehr interessantes Profil mit. Allerdings war er am Mittwoch im Mannschaftszene noch nicht mit dabei und das wird sich wohl so schnell auch nicht ändern. Denn Greimel hat sich am letzten Herbst das Kreuzband gerissen und soll nun auch ganz buzen auf Schalke auf und werden auch eben die gewisse Zeit bekommen. Das hat auch nochmal unser Trainer Frank Kramer unterstrichen. Wir müssen erst einmal einen aktuellen Stand einholen und uns langsam rantasten. Erst dann wissen wir, wie viel und was kann er mitmachen. Wer so eine schwere Verletzung hatte, den wollen wir nicht einfach losschicken auf den Platz. Da wird alles Step by Step gemacht. Und deswegen ist eben auch der genaue Plan jetzt auch schon mittlerweile durchgeklungen, dass man wirklich Greimel ganz langsam und behutsam wieder aufbauen möchte. Sicherlich auch die richtige Entscheidung, heißt aber natürlich auch, wir müssen uns noch ein bisschen gedulden, bis wir seine Qualitäten dann auch sehen werden. Aktuell legte der Innenverteidiger individuelle Einheiten ein und es gibt aber auch schon weitere Prognosen. Denn die WAZ berichtet, dass Greimel auch vorerst nicht bei komplizierten Spielformen teilnehmen werde, in denen es auch zu harten Zweikämpfen kommen könnte. Natürlich ist aber geplant, dass der 20-Jährige ins Trainingslager Mittersil reisen wird, auch wenn er eben, wie gesagt, nur individuell trainieren kann. Und dass er beim Fliegspielauftrag im Pokal in gut fünf Wochen gegen den Bremer SV bereitsteht, ist wohl aktuell fast ausgeschlossen. Deswegen muss man wirklich sagen, Leo Greimel ist ein Perspektivtransfer. Da sollte man jetzt nicht erwarten, dass der schon im August unser nächster Stammspieler wird, der auf einmal eine Top-Rolle spielt. Nein, das wird nicht passieren. Das wusste man aber natürlich auch schon vorher. Es ist auch nichts Neues, auch nichts Überraschendes, dass man mit Greimel noch nicht so richtig planen kann, weil eben so ein Kreuzbandriss ein bisschen dauert, bis der ausgegalt ist und man natürlich auch verhindern möchte, dass es irgendwie nochmal schlimmer wird oder man ihn einfach zu früh reinschmeißt. Deswegen meiner Meinung nach die vollkommen richtige und auch vernünftige Entscheidung, auch wenn das eben bedeutet, dass Leo Greimel vielleicht erst im September oder Oktober so richtig perfekt reinpassen wird. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf. Anale Schalker.